Gleich einem Kunstwerk, langsam, ganz unscheinbar, treibt aus der Wurzel der mächtige Baum seine Zweige hervor, wie die Natur es will. Aufrecht und doch nicht gerade. Immer neue Zweige, Blätter, Blüten tragen die Mauern, stoßen Tore auf in eine neue Welt, wo Mensch und Natur in Einklang leben, wo das Bunte, das Mannigfaltige herrscht. Die Kunst weist den Weg in die Natur, die uns leben lässt und atmen, in ihrer unvollendeten Schönheit, die uns glücklich macht, fröhlich wie die Kinder. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!